Und genau wie damals, als wir uns das erste mal begegnet sind. Du siehst nicht glücklich aus. Warum denkst du das? Du musst hier nicht so viele Sorgen um mich machen. Bist du sicher, dass dies das Leben ist, das du dir wünschst? Nein, aber das ist das einzige, was ich habe. Und wie du weißt, habe ich viel Arbeit vor mir. Ich verstehe. Sprich mit dem Gisela. Oh Gott. Okay. So, ich brauche Stonys. Sprich mit Ida. Gut, mit der kann ich auch reden dann. Gehen wir mal hier weiter. Ähm, rüber. Da. Denn sie fischen nicht, was sie tun. Haha. Digga, was für ein Dingens. Was für ein Name. Drei Steinmesser. So, Verwaltung. Keine Steuern mehr. Entwicklungsstufe Bauern hoch. Okay. Ähm. Wie viel Holz haben wir denn noch? Äh. Äh. Brennholz. 200. 10. Okay. Ida. Du schon wieder. Dieses Mal brauche ich Tomagoys Armbrust von dir. Oh nein. Nicht schon wieder. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ach komm schon. Sei nicht so. Nein. Das kannst du vergessen. Wie viel willst du dann dafür haben? Ach. Deine Münzen helfen dir dieses Mal nicht. Du musst etwas für mich tun. Wir haben nicht viel Zeit. Es dauert nicht lange. Arg. Also. Was soll ich machen? Du musst mir ein paar Fische besorgen. Wir hier. Sie sind nicht frisch. Ich habe keine Zeit mit dir. Mich mit dir zu, dass wir verdammte Fische haben. Ah. 20 Fischfilet braucht die. Und bis wann braucht die? 15 Jahre. Oh. Die Zeit geht wirklich unter. Die Zeit geht es dir nur so. Inga? Wie ist Leben treatst du dir? Nur die besten Produkte hier? Du kannst euch hier in ein paar disturbing, die트�erne. Hier! Wie ist es? Ich bin mein Mein Liefer труд. Inga! wir produzieren wirklich von allem zu wenig ich brauche mehr kohle immerhin kann ich mit dem dung mal arbeiten was bringt mir noch kohle ein also fische kann ich ich kann in der fischerei bauen aber fische fangen das ist eine andere geschichte fallen dann ist fischernetz was wollte ich jetzt mit dem dung arbeiten dem roboter beton geton 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 dünge 14 dünge gestanden also und dann verwalten wir noch dieses steinschafel gibt es sicher lassen wir mal so laufen wie viele karotten zusammen habe ich noch vier zwei dünge 1 2 3 oh scheiße das ist der falsche nord egal machen wir jetzt weiter 3 4 die ist gleich kaputt komm schon noch einmal ja so so und dann brauche ich jetzt was brauche ich jetzt ich brauche steinhack steinhack aber wenn wir so viele holz steinhack ich warte damit bis stück habe ich doch dabei oder steine steinhack aber der braucht ein holzstamm und steinhack steinhack und steinhack und steinhack deshalb ging es nicht dachte schon steinhack voilà oh gut So Einfaches Sackli kaputt Wer meckert denn jetzt schon wieder? Warum meckerst du? Kein Material für Roggenkorn, okay Hauptsache schlimm Stimmt Ich brauche immer 64 vorrätig Wenn ich das nicht habe, dann Genau Na mach mal Weizenkorn Jetzt meckert sie bestimmt, weil sie kein Weizenkorn hat Ja Das dachte ich mir schon Okay, dann machen wir es so Dann gibt es halt Null für dich Boah, die hat jetzt richtig lange hingehalten Das ist geil Okay Uhhhh Hm Hm So, das Feld wird voll mit Zwiebeln Und dann Nimm mich doch mal Wunder Was ich Wenn ich jetzt würde Wartendes Fleisch Komm ich nehm mal Kohlsuppe mit und geh die verkaufen Oh 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 Du nicht Ich nehme mal die 13 mit. Weil wenn wir schon Essen produzieren, warum dann nicht Sharon? Ja, nee. Ja, aber Wasserbedarf geht langsam runter. Dann könnten wir eigentlich auch mal anfangen Häuser zu verbessern. Warte mal, welche Quests geht am schnellsten runter? Die von Helvin. Mit Gisela reden. Nee. ihr merkt schon aktuell sind wir im winter reisen wir extrem viel und in den anderen jahreszeiten da da versuchen wir uns mit cash und dem versorgungsdingens über wasser zu halten so bemerk ich zeig dir meine warte ich gebe dir kohlsuppe ich glaube ich mache folgendes was produziert der koch hier 4 pro tag ich glaube ich mache ein paar fleisch mit soße jetzt ist hier nichts mehr drin gut machen wir das in dem sommer können wir dann bären sammeln die dann wieder verdorbenes geben auch hühner wollte ich noch kaufen stimmt hühner und neue leute hoch wir haben noch kein tierfutter deshalb habe ich noch nicht noch nichts dafür unternommen hier habe ich auch brennholz und bretter mit dann ok messer könnte ich also fleisch ne fleisch muss beizockt und noch nicht jagen das hier 38 dünge gut immerhin ja langsam bin ich durch das gibt es noch so viel zu tun aber ich muss noch was essen ich habe noch physiotherapie heute und ich bin klatschen leise auch ja Untertitelung. BR 2018 Ich glaube, das nächste Mal produzieren wir wieder mehr Gegenstände. Besser gesagt, ich könnte jetzt mal anfangen, nachher Dinge in den Häusern zu verbessern. Dann fühlen sich die Bewohner wohler. Uns geht's gut. Und ja, eben das Brennholz. Das ist halt schon etwas, was suboptimal ist, wenn das zu viel verbraucht wird. So, noch zehn davon. So, dann brauche ich noch zwei Reihen. Noch 16 mal Dung. Also, nee, 36 mal Dung. Damit wir hier die Felder, damit wir ein Feld voller Zwiebeln haben. So, ich hoffe auch, dass wir die Landwirtschaftspunkte mal höher kriegen. Warte mal. Nee, ich kann noch nix scannen. Ich bin da immer so zur Seite. Ah, nee. Ich dachte, der schwingt seine Hüfte immer zur Seite. Zwiebeln sagen. Ach, ja. Bald haben wir das alles automatisiert. Dann können wir uns um besseres kümmern. Ja, vielleicht müsste ich auch ein paar... ein paar... ein, zwei neue Häuser bauen. Also, fangen wir doch mit meinem Haus an. Und zu verputzen. Dafür brauche ich Turmbewurf. Achtmal. Ist schon heavy, ne? Ähm... Okay. Okay. Tonbewurf. Mach ich das mal hier mit. Zwei sind jetzt einmal Säckli. Verputzen. Verputzen. Das Dach kann man nicht verputzen. Okay. Okay. Dann machen wir hier und weiter. Das war's schon mit dem Tutz... äh... verputzen. Also, schon bin ich mehr bei mir. Äh... Okay. Gut. Dann schaue ich nochmal kurz, ob vielleicht jetzt hier drin noch Turmbewurf ist. Ja, acht Stück. Okay. So. Ähm... Dann machen wir hier nochmal schnell Speicherung. Spiel speichern. Hier. Überschreiben. Ja. Und dann das überschreiben. So. Gut. Dann nochmal schnell Speichern. Und dann... Schauen wir mal. Gut. Dann, äh... Bedanke ich mich fürs Zuschauen. War eine geile Session. Ich bin durch für heute. Bis zum nächsten Mal. Peace.